Wir waren wieder einmal von Jomkin nach Korat unterwegs nach Konrad Kacima, wie immer ihr mögt. Die Fahrt durch die Berge nahm ich auf. Es geht dabei um die Baumaßnahmen, die dort schon seit Jahren stattfinden. Es ist unglaublich, was an Geröll und Gefällsmassen bewegt werden muss, um die Trasse anzulegen. Es werden Tunnel gebaut, Brücken errichtet, LKWs und Planierraupen sind ständig im Einsatz und der Verkehr ist teilweise chaotisch. LKWs und Busse fliegen im Schrittdeckboot durch die Berge, aber seht es euch selber an. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Danke fürs Reinschauen.